Für die Aquastop-Installation benötigen wir den Aquastop aus dem Lieferumfang, den weißen Schlauch, einen Schraubendreher und einen Mausschlüssel. Im ersten Teil wollen wir die Verbindung zwischen dem Kaltwasseranschluss und dem Aquastop herstellen. Dafür wählen wir eine Position für den Aquastop im Unterschrank, möglichst nahe der Wasserfilteranlage, wo sich austretendes Wasser sammeln würde. An dieser Stelle können wir dann den Aquastop mit den beiden mitgelieferten Schrauben und einem Schraubendreher fixieren. Den bereits am Kompaktanschluss befestigten Wasserschlauch können wir jetzt bis hin zum Aquastop auf die gewünschte Länge zuschneiden. Das Schlauchstück befestigen wir jetzt an der Öffnung am Aquastop mit der Aufschrift IN und stecken es ca. 1,5 cm tief in die Öffnung. Unser Tipp, durch leichte Drehbewegungen lässt sich der Schlauch leichter in die Öffnung des Aquastops hineinschieben. Abschließend fixieren wir den Schlauch mit dem blauen Clip. Dafür ziehen wir den Schlauch leicht nach oben und setzen den blauen Clip unter den weißen Ring. Im zweiten Teil dieses Videos wollen wir jetzt die Schlauchverbindung zwischen dem Aquastop und der Wasserfilteranlage herstellen. Dafür befestigen wir das lose Ende des weißen Schlauches in der Öffnung des Aquastop mit der Aufschrift OUT und setzen ihn auch hier tief ca. 1,5 cm hinein. Mit dem blauen Sicherungsklip fixieren wir auch hier die Schlauchverbindung. Ganz wichtig, die beiden Schläuche dürfen sich beim abschließenden Überprüfen nicht herausziehen lassen. Bringen wir nun die Wasserfilteranlage in die gewünschte Position und schneiden uns den Schlauch vom Aquastop kommend auf die gewünschte Länge zu. Unser Tipp, um die Anlage für zukünftige Filterwechsel aus dem Unterschrank besser hervorziehen zu können, ist es sinnvoll, die Schläuche an dieser Stelle etwas länger zu lassen. Das zugeschnittene Schlauchstück befestigen wir am Eckstück auf der rechten Seite der Anlage. Wir lösen die Mutter, stecken sie auf den Schlauch auf und führen den Schlauch in das Eckstück. Von Hand drehen wir die Mutter fest an und nutzen abschließend den Mausschlüssel noch einmal zum Fixieren. Sehr gut, den Wassereingang haben wir jetzt hergestellt. Gehen wir direkt zu Video Nummer 3, Installation der Abflussschelle, um die Verbindung für das Abwasser zu installieren.